Ein dreifaches Hoch auf den Mörder, Clarissas feines Gespür für Pralinen, von Andreas Erlenkamp. Es liest Ilka Teichmüller. Prolog Engelbert Brunsdorf liebte die abendliche Runde am Moselufer. Er liebte das Plätschern des Wassers, den Geruch, der vom Fluss aufstieg. Unbedeutend und klein kam er sich vor, wenn er zu den steilen Felsen hochschaute, den weiten Hängen, auf denen die Rebstöcke standen. Uralte Weinberge. Schon die Römer hatten den Moselwein geschätzt. Mehr als vierzig Jahre lang hat der Engelbert im Wingert gearbeitet, sich den Rücken krumm geschuftet, um die Weinstöcke zu pflegen und die Trauben zu ernten. Er hatte gute und schlechte Jahre erlebt, zum Glück mehr gute als schlechte. Hatte Schädlinge, Trockenheit und zu viel Regen gleichmütig ertragen, es half ja nichts. Warum sich beschweren? Gegen das Wetter konnte man nun mal nichts ausrichten, das musste man hinnehmen, wie es kam. Was Engelbert Brunsdorf bei seinen Spaziergängen mit Dackelhündin Lizzi nicht liebte, war der große Parkplatz am Moselufer. Und ja, anders als beim Wetter half hier auch schon mal eine Beschwerde beim Ortsvorsteher. Da waren zum Beispiel die wilden Camper, die den ganzen Platz vollmüllten. Leider wurden die viel zu selten erwischt. Und dann die jungen Kerle, die sich direkt auf dem Parkplatz mit billigem Fusel oder mit diesem neumodischen süßen Zeugs die Kante gaben. Widerlich. Nichts gegen einen ordentlichen Rausch. Aber dann doch bitte mit anständigem Wein oder einem guten Tristerbrand. Man war schließlich im Moseltal, weltweit bekannt für seine guten Tropfen. Und diese jungen Männer schossen sich ausgerechnet hier mit einem Zeug ab, das nach Gummibärchen schmeckte. Engelbert Brunsdorf schnaubte empört. Allein im letzten Monat hatte er drei solcher Partys, oder besser gesagt, deren Resultate miterlebt. Er schlenderte den Uferweg entlang. Lizzi trottete an der Leine neben ihm her. Er blieb ab und zu mal an einer Bank oder an einem Baum stehen, um zu schnüffeln oder Kurzwasser zu lassen. Ja, das ganze Areal war ihm ein Dorn im Auge. Obwohl. Es gab neben den Campern und den Säufern noch eine dritte Gruppe, die den Ort abseits der Straße aufsuchte. Die söhnte ihn dann schon fast wieder mit dem Parkplatz aus. Engelbert erkannte die Wagen immer an den beschlagenen Scheiben. Und manchmal an den eindeutigen Geräuschen aus dem wagen Inneren. Hier, direkt am Moselufer, hatten wahrscheinlich schon ganze Generationen ihre Unschuld verloren. Engelbert Brunsdorf grinste. Er hatte mal im Moselkrug beim Stammtisch gehört, dass gelegentlich sogar Ehepaare den Weg zum Moselufer suchten, einfach, um mal ohne die neugierigen Ohren der Schwiegermutter oder der Kinder... Ach, sollten sie. Dagegen gab es nichts einzuwenden. Heute stand nur ein einziges Auto auf dem Platz. Kein Wochenende. Vielleicht auch noch ein bisschen zu früh. Engelbert zog an der Hundeleine und machte einen großen Bogen um den weißen Audi. Die Scheiben sagten ihm alles. Da wollte er nicht stören. Tatsächlich saß in dem Auto ein Pärchen, und das war auch verheiratet, allerdings nicht miteinander. Und was Engelbert Brunsdorf nicht mal im Traum eingefallen wäre, das Pärchen im Audi war nicht in wildes Liebesspiel vertieft, sondern sprach schon seit einer Stunde über nichts anderes als Mord. Über einen eiskalt geplanten Mord. Die Jury Im August beim ersten Regen pflegt die Hitze sich zu legen. Die alte Bauernregel ging Clarissa durch den Kopf, als sie an diesem herrlichen Augustmorgen durch ihren Garten schlenderte. In der Nacht hatte es geregnet. So heftig, dass sie befürchtet hatte, ihre Blumen würden zu Boden gedrückt werden. Doch wie sich jetzt zeigte, war diese Sorge unbegründet gewesen. Ihr Garten strahlte wie frisch geputzt, die Farben intensiv, der Duft der Blumen betörend. In den nächsten Tagen würde, glaubte man der Wettervorhersage, die Sommerhitze zurückkommen. Heute aber war die Luft klar und überraschend kühl. Jeder zufällige Beobachter, der an diesem Morgen über die alte Bruchsteinmauer des ehemaligen Forsthauses in den Garten geschaut hätte, hätte nichts von Clarissas Nervosität bemerkt. Nach außen wirkte sie ruhig und gelassen. Die Gartenarbeit und die langen Spaziergänge in den letzten Monaten hatten ihren Teil dazu beigetragen. Clarissa besaß den frischen, gesunden Tint eines Menschen, der einen Großteil des Tages draußen verbrachte. Man sah ihr die 61 Jahre nicht an. Sie wirkte deutlich jünger. Mit ihren kurzen, grauen Haaren und ihrer mittelgroßen Gestalt ähnelte sie der britischen Schauspielerin Judi Dench. Allerdings einer sehr fitten Judi Dench. Auch dafür sorgten die vielen Stunden mit Spaten und Schubkarre. Clarissa setzte sich auf ihre überdachte Holzbank, die an der Mauer neben den Hortensien stand, und nickte zufrieden. Sie war bereit. Ihr Garten war bereit. Die Jury konnte kommen. Sie kamen zu dritt. Und sie sahen sehr ernst aus. Dabei ging es doch nur um ihren Garten im Rahmen eines Dorfwettbewerbs. Nieder Mühlenbach ist nun weiß Gott nicht der Nabel der Welt, und der Wettbewerb um den schönsten Bauerngarten sicher nicht die Konkurrenz zur Chelsea-Flower-Show in London, dachte Clarissa amüsiert. Um bei der Wahrheit zu bleiben, im Grunde war das nicht einmal ihr Garten. Das ganze Grundstück am alten Forsthaus außerhalb von Nieder Mühlenbach gehörte Clarissas Cousine Elli. Clarissa hatte nach ihrem Wechsel in den Ruhestand eine Auszeit nehmen wollen, und das Forsthaus hatte sich angeboten. Mittlerweile waren aus der kurzen Auszeit gut fünf Monate geworden. Clarissa hatte das Haus von Elli, die im fernen Berlin wohnte, für einen Spottpreis bis Ende des Jahres gemietet. Auch dafür gab es einen einfachen Grund. Sie hatte sich verliebt. In das Haus und in den Garten, mit seinem Blick über ein weites, unbebautes Tal, mit den alten Bruchsteinmauern, der Obstwiese, dem Küchengarten mit seinen Hochbeeten. Und wenn sie ganz ehrlich war, sie liebte auch Nieder Mühlenbach, dieses kleine idyllische Dorf oberhalb des Moseltals. Hier hatte sie neue Freunde gefunden. Hier fühlte sie sich schon nach wenigen Monaten heimischer als in der Stadt am Rhein, in der sie mehr als 30 Jahre gearbeitet hatte. Nun, ich muss sagen, stimmig, sehr stimmig. Der ältere, weißhaarige Herr riss Clarissa aus ihren Gedanken. Der Mann, Mitte 70 und damit gut 15 Jahre älter als Clarissa, ruckelte eine schmale Lesebrille auf seiner Nase zurecht. Doch, doch, denn es sind ja nicht nur die Pflanzen und die Anlage der Beete, sondern das Gesamtensemble, das gefällt. Was meinen Sie, meine Damen? Die beiden angesprochenen Frauen nickten zustimmend. Wenn Sie es sagen, Herr Dr. Bremelkamp, da sind Sie der Fachmann. Clarissa musterte die beiden Frauen. Die, die gerade geantwortet hatte, war eine stämmige 50-Jährige in Jeans, schweren Wanderschuhen und mit einem fliederfarbenen Wanderanorak über dem Arm. Sie hatte sich in den letzten Minuten unentwegt Notizen auf einem Klemmbrett gemacht. Offensichtlich war das eine Art Checkliste mit Bewertungskriterien. Währenddessen war ihre Begleiterin stumm durch den Garten geschlendert, missmutig, eher gelangweilt. So als müsste sie eine lästige Pflicht erfüllen, hatte sie sich umgeschaut. Keine Sympathieträgerin, dachte Clarissa. Im schmalen Gesicht der Frau, deren alter Mann nur schwer einschätzen konnte, sorgten zwei tiefe Falten neben den Mundwinkeln dafür, dass sie dauerhaft beleidigt aussah. Die Frau trug flache Schuhe, die fast wie Herrenschuhe aussahen, eine mausgraue Stoffhose und ein hellblaues Twinset. Die blonden Haare waren am Hinterkopf zu einem festen Knoten zusammengesteckt. Der Unterschied zwischen Wanderanorak und Twinset hätte nicht größer sein können. Frau von Michel, ich muss sagen, Respekt, was Sie hier in diesen wenigen Monaten geschafft haben, lobte Dr. Bremelkamp. Clarissa lächelte geschmeichelt. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Nein, ich sollte besser sagen, sie macht mir immer noch Spaß. Schließlich ist ein Garten nie fertig. Aus den Augenwinkeln sah Clarissa, wie Twinset in die Hocke ging, um eine der Stockrosen am weiß gestrichenen Gartenzaun aus der Nähe zu begutachten. Fast so, als wäre sie bei der Spurensicherung und müsste ein paar verräterische Indizien sichern, überlegte Clarissa. Mit Tatortbegehungen und Spurensicherung kannte sie sich aus. Ja. 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 Vielen Dank.